Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Agra.io Und ja, wir joinen wir erstmal und müssen euch unbedingt was erzählen Also im Hintergrund ist nämlich der Nico aka SkyCow und der X-Technix HD aka Laios Und ja, wir haben halt so einen Community Talk, wo wir uns immer besprechen, dann wir aufnehmen, was wir zocken, zum Beispiel wenn wir Agra zocken Hi! Nico, ich war gerade bei dir So, auf jeden Fall Und wir haben Gomma im Team Hi Nico Wir haben Gomma im Team Ja Und, da bin ich gestorben Ungespielt, Dena Gleich kommt noch mal ein kleiner Ausschnitt dazu Ja, Dena Ungespielt, TheBetoyleP, Dani kocht Und ja, schon wieder tut Das kann ich euch ja gleich mal eben zeigen Also sehen wir uns gleich wieder So, also Hier halt ich Dann Gomma Dann Paus Halt unser Team Dani kocht Felix a.k.a. Dena Matt Lins Patrick, Let's Play IsFreaks AP Kennst du vielleicht vom Gomma-Server? Peter a.k.a. Dimitro Simon Und Ted Ludwig a.k.a. The Dead Sheep Und ja, das find ich recht geil So, das wird mal wieder recht fetzig rüber zu Agra So, oberschnell hier Jetzt hätte man die Face Kann man einfach sehen müssen Da konnte ich aber auch grad nix Vielleicht gestorben bin Und ja Also ich werde euch nochmal wahrscheinlich Hier ein Screenshot einblenden Und ich bitte Großes Dankeschön an Gronk Ja, Gronk, Alter Sollte die ganze reingekommen Sollte Nee, der ist leider Der ist leider nicht dabei Das hätte ich auch recht cool gefunden Das war jetzt echt dumm Ja, auf jeden Fall Und das wäre halt recht geil Würde natürlich noch ein paar Leute rein Aber muss ja jetzt nicht Ich weiß, er hat ja geschrieben Er guckt immer meine Videos Da welche Ich weiß, er guckt immer was los Das ist aber wirklich Ich bin schon wieder zugekommen, oder? Und setzt uns irgendwie rein Hoffentlich nicht Oder Palle Ja, Palle Na, wo ich jetzt kein Fan von bin Ja, ich gucke den zwar zwischendurch Aber ich bin jetzt kein Fan Hauptsache Nico ist jetzt ganz still Und Ja, ich bin einfach Gerade deswegen bin ich auch eher so am rumspüren Bin einfach so aufgeregt Wir haben Gorme drin Ungespielt Ähm, den alle Ähm, did that cheap Keine Ahnung Genau, und Ja, erst mal So wartet, dann opfere ich mich mal eben Und dann sehen wir gleich nochmal wieder Dann zeige ich euch das So Und Mein Bundesexplorer Genau Hier unten sieht man jetzt aga.io Das ist der Chef steckt NBNQM In Agaio Genau der gleiche Link Und ja, das finde ich schon recht geil Wir sind gerade nicht Anscheinend auch in der gleichen Party Nur erst leider nicht in Skype Kann das sein, dass der vielleicht am Handy gerade in Aga ist? Weil der ist doch auf der Gamescom Äh, kann sein Deswegen, wenn man mich auf Twitter verfolgt Ich hab da gerade schon Für euch wahrscheinlich vor Mal einer halben Stunde Oder länger Oder vielleicht auch schon gestern Ein Screenshot geteilt Wo man das dann halt gesehen hat Und ja Das ist ja, es steckt geil und von nur Oh Ja Auf dem Fall Und dieser Matt Linz Das ist ein Schauspieler Sobald ich weiß Aber Pfff Wacht mich nicht Ja In dem Film war ich sogar Ich nicht Der ist eigentlich recht geil Ich hab mir tatsächlich auch mal aufgedrückt Boah No sorry Ernesto Fick dich Optimal Ich hab mir noch ein bisschen Das kann man los sein Ich guck mal in wie lang das ganze geht Also sehen wir uns gleich wieder So Da bin ich wieder Ich hoffe mein Camtasia Hab nicht zu lange gesehen Sind schon 5 Minuten um Wir machen ja noch rund 5 Minuten Und ja Ich werd das wahrscheinlich jetzt Thumbnail auch nehmen Ich kann mir gar nicht mehr stellen Wo alle Leute die Preise sind Mach Genau Oh hier ist die CIL Scheiße, schnell weg So lange wie nicht die NSA hier ist Ja Ich hab nichts gesagt nicht Dann geht es nicht geil Ja Gut Oder wir machen hier schon Cut Weil es ist einfach so eine mega geile Nachricht Dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge Bis zum nächsten Mal Und ciao Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal